Es ist Zeit für the next big, schon wieder, sicher, nämlich neue MacBooks in Superschnell. Space Black gibt es aus einem ganz besonderen Grund. Es ist uns wahnsinnig wichtig, dass jeder im Starbucks sieht, dass du, Justus, das ganz neue MacBook hast. Keiner soll denken, Papi hätte dir das alte gekauft. Vollkommen verständlicherweise stellt ihr euch die Frage, was könnt ihr damit tun? Ihr könnt nicht wirklich auf den Wolf damit reiten, es wird es zumindest nicht empfehlen. Sieht aber natürlich geil aus. Ihr könnt natürlich auch nicht wirklich damit durchs Weltall fliegen, könnt ihr halt nicht atmen. Und ihr kriegt auch nicht wirklich Blitze um eure Hände rum. Aber irgendwie muss man tippen halt auch cool machen. Ihr könnt mit diesem MacBook Porsche designen, fremde Galaxien erforschen und natürlich auch Mails schreiben und Pornos schauen. Wir wissen es, nicht schlimm. Das macht ihr ab jetzt mit dem völlig overpowered M3-Chip. Was ist der Unterschied zwischen M3, M3 Pro und M3 Max? Äh, 2000 Euro. Was? Hm. Was ist der Unterschied von der laughter chicosmit, M3 Pro, M3 Pro und M3 Pro.